Hi Leute, willkommen zurück zu Alien Fireteam Elite Mission 3 vom ersten Chapter. Zocken wir jetzt hier nochmal. Das haben wir noch nicht geschafft und noch nicht gemacht. Mal gucken, wie das hier so abgeht. Doch, jetzt haben wir den Baut-Dock hier dabei. Guck mal, den Honecker. Dann müssen wir den bestimmt beschützen. Der hat nämlich auch Lebensenergie. Der hat keinen Medikit. Äh, das ist ja kacke immer. So eine Mission hasse ich ja, wenn der gleich gleich beschützen muss. Wow, was ist das denn? Füllt mit Water. Vielleicht kommt hier jetzt mal ein End-Boss. Wo kommen sie? Vor uns. Vor uns piepst schon. Da. Boah, guck mal, wie der da runterhängt. Siehst du den? Er ist jetzt weggepackt. Pistole brauchst du hier nicht. Du brauchst ein Maschinengewehr, Junge. Honecker. Er hat einfach nur so eine Pistole. So eine Barretta hat er einfach noch dabei. Nee, das ist das Zeichen. Swarm. Na super. Da, vorne. Kommt bestimmt gleich von rechts und links auch noch. Ich guck hier rechts. Guck du links. Boah. Oh, wie viele. Kondition gering, na super. Hier müssen wir lang eigentlich, aber wir können doch mal gucken, ob es hier eine Kiste oder so gibt, weiß ich nicht. Vielleicht müssen wir später da auch eh lang, aber ich sehe hier nur einen geraden Gang. Ja, geh du mal links, ich gehe rechts. Bei mir ist nichts. Ja. Okay, hier ist nichts. Ich würde gerne mal so einen Boss oder so, das wäre ja auch mal ganz geil, wenn ich sie so einen Boss gäbe. Die Monika, ja, aber die sah genau so aus wie alle anderen, nur dass die Monika hieß. Ein bisschen größer war ja, aber... War so eine Queen oder so. Predator. Der hat mich voll erschreckt, ey. Boah, der hat mich voll erschreckt, ey. Der kam einfach so aus dem Nichts. Ja. Ach du Scheiße, ey. Was ist denn hier? Puta, sagt er. Du sollst, die sollen bei dir bleiben. Das ist besser. Für mich ist das gut. Hier kommen sie schon wieder. Ich weiß nicht, was ich richtig schlecht finde bei dem Spiel ist dieses Treffer-Feedback. Wenn du einen triffst, das geht einfach so wie durch Butter durch. Keine Vibration, kein gar nichts, einfach so... Du weißt, das ist nicht so wie bei Call of Duty oder so. Du triffst einen, dann macht er so... Weißt du? Du weißt gar nicht, wenn du einen triffst, so. Schieß einfach... Schieß einfach voll rein hier. Oh, ne. Oh, ne. Oh. Da könnte man eine Munitionskiste gebrauchen. Oh, der Alpha hat mal eine Granate geschmissen. Das habe ich auch noch nie gesehen, dass er auch mal was macht. Ja, ich könnte mir gut vorstellen, dass hier vielleicht irgendwo die Kiste ist. Ist aber nicht. Okay. Ja, hier ist nichts. Lass es weitergehen. Ich brauche Muni, ey. Übertaktung aktiviert. Ja, hat er endlich mal sein Special gemacht. Ich check mal kurz, ob es hier hinten was gibt. Nein, jetzt aber nichts. So, dann wir weiter. Okay. Ich habe ein Schockgerät zu sammeln. Das ist auch nichts. Ja, ich habe hier was. Boah. Boah. Boah, was ist das? Hier unten ist auch so ein roter Jäger. Was gefunden? Ja. Ja, korrekt. Schaltgerät versammelt. Brandgeschosse. Julian Brandgeschosse. Das ist eigentlich nicht so geil. Ja, okay. Hier haben wir Schaltgeräte. Jetzt geht es bestimmt gleich ab. Bereite dich auf den Kampf. Ja, okay. Das war's. Boah, ich kann mir einfach hochgehen, da ist ein Jäger wieder, zwei Jäger, klatsch, ich bin geplatscht Ah, ich denke es kommt Boah, jetzt kommen viele Jetzt kommen viele Probeut auf der Karte Boah, ich bin gleich tätig, was war hier? Oh, was wir nehmen? Spürzer Ah ja Esther Ah, hier unten geht es weiter Wie er da rumgepackt ist, Alpha Ah ne, jetzt heißt er Beta, guck mal Ist nicht mehr der Alpha Er hat sich zu Beta abgegradet Was ist denn hier? Auf Erinnerung zugreifen Okay Ausgang freigeschaltet Okay Noch mal Munition mitnehmen Dann geht's weiter Irgendeiner schießt hier als mit so Granaten oder irgendwie so Ich glaube, das ist der Beta Ballert hier als rein Der Ronika ist noch gekommen Heil ihn mal Hier hinten geht es weiter Oh Oh Ey, zieht sich aus Wieder abgehauen Oh Ich springe mal auf mich Diese Jäger Ja, die mögen mein Blut Boah, da ist er wieder Alter, haut immer ab Der Sack Die hören doch schon hier irgendwo Da kommt er doch Ja, er hat mich Er hat mich Boah, der ist halt voll viel Schaden gemacht Let's mal hier verschanzen Ist ganz gut Hier gar nichts von hinten kommt Da ist wieder so ein großer Hab ihn gerecht erwischt Ja Wie viele Wo ist er denn, der Moor? Boah, da ist es wieder Wer ein Hektar wieder an der Wand und schießt Als Xenomorph Guter Xenomorph Da kommt ein Jäger Weg mit dem Jäger Da hinten klebt er noch an der Wand Der Hätsel weggepackt Weißt du, was ich hier noch gar nicht gesehen habe? Diese kleine Krabbelviecher Die auf das Gesicht drauf gehen Weißt du? Boah, das war heftig Direkt wieder ein Jäger rausgekommen Ja, bisher sieht es immer noch ganz gut aus Aber das Ding haben wir noch nicht gefunden Die Kiste Kiste Oh ne Oh ne Da hab ich mal meine Raketchen reingeschossen Oh ne Oh ne Ich hab keine Energie mehr. Ich brauch mal Energie. Boah. Einer ist hier noch irgendwo. Ich hab nur noch 300 Energie. Einer wirft hier als mit den Granaten auf mich. Das ist bestimmt der Beta. Ich hol mir erst nochmal Munition. Hier ist noch einer, den hole ich auch gleich. So. Scanning. Negative. Na super. Da ist jetzt noch einer. Was? Natürlich ist es immer der letzte an den man hingeht. Barcode. So. Was hab ich denn? Boah. Oh nein, jetzt hab ich noch 27. Das wird geil. Ich hab keins. Ah doch. Ich hab noch ein, zwei. Ah hab ich. Ich hab noch keine Kiste gefunden. Das ist eigentlich das Wichtigste, dass man die Kiste findet auf jeden Fall. Was heißt denn? Unbekannte. Ja, da ist glaube ich auch nur du. Wie ist es safe? was denn hier gefunden informationen gefunden naja super was will ich mit informationen ich will waffen upgrades information da ist wieder so ein xenomorph handelter unter so hier gibt es das bestimmt irgendwo das so groß ist schon hier oben ist die kiste boah hier liegen voll die leichen rum warum hat der eigentlich weißes blut achso so ein bug ist so ein roboter ich dachte mir schon hier zensiert oder so rota halt wohin ich dachte da gibt es munition hier noch irgendwo als mit gab es anscheinend nicht ich war nur noch nicht da rechts ja da aber gab es gibt es nichts oder was was denn hier ah lass weiter gehen da oben ist wieder hier geht es weiter hauptsache schon mal die kiste gefunden oh ein jäger ja der soll immer ruhig auf den peter drauf gehen das ist gut neue staffel haus des geldes ist auch da ne die ist auch aber auch gestern der erste folge auf der plattform versammeln da geht es jetzt wieder richtig ab hier hinten ist noch mal was ist das ist ne kiste hier information kannst du hier einsammeln die guten alten informationen die keiner braucht hier unten ist irgend so ein krasses ding ich will erstmal munition haben eigentlich da so medik lasst uns am besten da unten versammeln oder nicht röster wach geschützt hier gibt es noch mal informationen kanäle versiegelt das ist nämlich die aufgabe ich glaube das ist informationen ok von überall deswegen würde ich eigentlich hier runter gehen oder wir kommen wir gehen ah nee oder ja doch wir gehen hier in so einen bunker und machen ja dann lass es doch hier runter gehen guck mal hier unten da gibt es nur einen weg eigentlich meinst du naja ok dann lass mal hier die schütze aufbauen ich mach mal jetzt hier mal hin ja mach es dann da hin ich mach es hier hin ah ja jetzt habe ich das special benutzt ich habe noch eine mine habe ich noch die lege ich mal hier hin falls sie es soweit schaffen was habe ich hier noch statisches raster küro raster das wie so eine mine ist das kannst du hier hinlegen und dann ich lege die hier hin so ja ok mach ich bereite mich auf den kopf vor ah super ah super the bugs da ist ein bisschen schmuck da guck da kommt jetzt viel Wie in die Container sind die vorliegen? Komm ein bisschen zurück Platsch Ja Ja Ich mach das Ich hab's gedrückt Boah, da oben ist alles von Krieger Krieger ist das Oh, grad so Er wollte nicht grad Platz machen Boah, die ganz geschützte Die sind kaputt Oh, ne Auch noch Okay, ich geh hin Oh Oh, er hat mich Nimm mehr Energie, Junge Nimm mehr Energie Jawohl Keine Muni, ey Oh, das ist Oh, ein Oh das war gut mit der liebe die noch aufgehoben war rechts ist wieder so ich gehe jetzt da hoch macht das weil sonst kommen die raus ich konnte natürlich genauso jäger gleich ja berühm dich so hat es gemacht noch mehr wo es mal gut wo er da kommt wieder großer und da rechts irgendwo und da rechts und da kommt da gelaufen der dicke ich habe raketen auf ihn reingeschossen stehe noch einer ich habe jetzt keine raketen kann es baut noch zehn sekunden da links 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 5 4 ich habe gleich raketen 3 oder gehe auf den honecker jetzt habe ich habe raketen reingeschossen ja jetzt will sie noch irgendwas haben da oben ich gehe da ist voll weit weg ja ich habe so schon und zwei stück drei stück wir müssen abbauen glaube ich das raumschiff ja er sagt ich komme ich renne die rennen alle hinter mir her oha jawohl geschafft da kam vier fünf stück neben mir auf einmal ist mir das schnell weggeraden boah das war krass belohnungen mission abgeschlossen habe ich so ein paar sachen bekommen krass noch neue waffe glaube ich neue waffen volkan stufe stufe 3 stufe 3 der beta hat einfach am meisten gekillt du machst du beschädigst du die klauen die gilt es ist gut beste gute freunde das war die mission 3 von abschnitt 1 jetzt gehen wir zurück in die base und dann sehen wir uns beim nächsten gameplay video macht's gut leute bis denn tschau tschau